Warte, das ist sehr schön. Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding. Ja, eine machen wir. So. Was was ist denn? Hackfleischbärchen in Eizitronensoße. Ich hoffe, Sie mögen Knoblauch, sonst bin ich geliefert. Jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch. Und die Soße in den Ausguss. Wir haben auf unserem Ausweis unser Infektionsalter stehen. Und jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch die Soße in den Ausguss. Und jetzt schütten wir nur noch die Soße. Untertitelung des ZDF, 2020